Was geht ab leute Seen ist wieder da und du hast dich auf meinen Kanal Facefall TV verirrt. Hier dreht sich alles um One Piece, ich bringe euch immer die neuesten News und Theorien zu unser aller Lieblings Manga. Erlebt mit mir gemeinsam die Abenteuer der Strohhutbande. Schaut euch um und wenn euch gefällt was ihr seht dann lasst gerne ein Abo da. Bis dahin wünsche ich euch viel Spass und haut rein Ciao 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3